Hallo zusammen, hier ist der Frank Schuh von Elgato Heber Live. Das Video richtet sich aber jetzt nur an die vielen Abonnenten meiner Marktanalysen des Börsenbriefes, der täglich schriftlich erscheint. Damit die nicht darauf angewiesen sind, jetzt nochmal auf die Webseite zu schauen, um das mitzubekommen, ich habe sowohl zum DAX-Index als auch zu den US-Indizes in die Analysen heute ein neues Video hochgeladen. In Anbetracht der sehr spannenden Momente, der Umkehrpunkte, die wir jetzt gerade erleben, ist es wichtig für euch zu erfahren, wo liegen hier die Chancen, wo liegen die Risiken, was ist zu erwarten. Und dazu habe ich einen Video-Update gemacht für die Abonnenten. Wenn ihr die schriftlichen Analysen aufruft, ist das unten am Ende das neue Video von heute. Und jetzt hier über YouTube erreiche ich vielleicht auch einige, die das jetzt gerade nicht auf dem Schirm hatten. Von daher schaut da mal drauf. Alles Liebe, der Frank Schuh von Elgato Heber Live.